Willkommen zu einer weiteren Folge Gotham Knights. Ich habe die Farbe nochmal geändert auf rot-grün, finde ich zu Robin doch irgendwie am allerbesten. Wie versprochen, machen wir jetzt auf jeden Fall mit der Hauptstory weiter. Die Hauptstory besagt quasi den Kopf des Dämons. Man-Bet müssen wir verfolgen in der Erde Center Gotham City und im Hospital und im Wayne Tech. Und Wayne Tech, wie gesagt, man muss das irgendwie dann anscheinend hier auf der Map suchen. Habe ich jetzt gemacht. Hier steht irgendwo Wayne, Foxtac und Wayne. Das heißt, irgendwo hier müsste es ja sein. Das heißt, wir gehen jetzt die Man-Bets suchen und dann treiben wir die Hauptstory ein bisschen weiter voran. Wie gesagt, ich denke, wir sind ganz, ganz, ganz kurz vor knapp Finale. Vielen, vielen Dank, dass du da bist. Nehmen wir noch zwei Sekunden Zeit, bevor es richtig losgeht. Vielen Däumchen und ein kostenloses Abo, damit wir zu meinem Kanal und mich extrem krass supporten mit zwei Sekunden. Vielen, vielen Dank vorab an ihn, der das schon getan hat. Viel Spaß jetzt mit dem Video. Wir gehen die Man-Bets suchen. Let's go. Gotham City Central Hospital. Hier sollen sie doch auch sein, oder? Hier sollen die doch auch sein, laut denen. Ah, guck mal da, wird es mir schon angezeigt mit dem goldenen Ding. Das müsste es ja eigentlich sein. Oben auf dem Dach bestimmt die Schlingel, oder? Oben auf dem Dach bestimmt. Geil. Das wäre natürlich geil, wenn alle drei irgendwie jetzt hier in der Nähe sind. Schauen wir mal. Hier gibt es auf jeden Fall schon mal eine Leiche. Sicherheitskraft verstorben sogar. Das wird nicht gut für dich ausgehen. Da ist er, da ist er, okay. Okay, Mann. Der Schall macht ja den heftigsten Ultraschaden. Alter Verwalter. Ah, da müssen wir flitzen, da müssen wir flitzen. Ich riskiere es noch einmal. Okay, der greift mich nur mit Schall an. Die sind, die sind, die sind, die sind wirklich hart. Die sind hart auf Stufe 28. Ich muss mich heilen. Kann ich den irgendwie aus dem Himmel holen? Okay, er hat keinen Bock. Er hat keinen Bock auf uns. Also, heftiger kann das Aim nicht mehr werden, Freunde, oder? Oh, da sind noch Liga der Schatten. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Yo, 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 yo. Ich habe sie doch gesehen, hier. Oh, verdammte Axt, ey. Leckt mich fett. Hey, da kommt er aus dem Nichts, der kleine Ninja-Jugger. Oh, Gott, Stufe 28. Ja, okay, das kann was werden, Freunde. Das kann was werden, ey. Ich hoffe, die lassen Heilung fallen. Okay, fairerweise greift der Man-Bit jetzt nicht an. Dankeschön. Spiel, Dankeschön. Oh, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Oh, Gottes Willen, Gottes Willen. Wie hart will das Spiel jetzt abfacken, ey? Ja, wenn du da einmal drinsteckst, kommt es auch nicht mehr weg. Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. Ja, Freunde, ey. Was willst du machen, ey? Mehr als leveln kann man nicht. Ich bin richtig gut gelevelt eigentlich. Und der macht mich einfach so nass. Wie gesagt, das habe ich auch schon öfter jetzt gesagt in den letzten Videos. Das Level-System hätten sie sich auch sparen können, weil man nie zu keinem Zeitpunkt irgendwie mal das Gefühl hat, man ist überlegen zum Gegner. Entweder sind sie ein Level höher oder auf dem gleichen Level und man braucht immer gleich lang. Ob das jetzt Stufe 1 ist, Stufe 10 ist, Stufe 29, 30. Es ist immer gleich. Es ist immer gleich. Es ist ein bisschen schade. Echt ein bisschen schade. Mann, ey. Warum schon, ey? Wenn ich das jetzt feile, dann ist das ja weg. Dann ist das ja weg. Okay. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich muss den platt machen, bevor der Mämmel wieder kommt und hoffen, dass er irgendwie mal mehr die Pack fallen lässt. Okay. Der erhöht sich mit Gift. Da muss ich ausweichen. Da muss ich ausweichen. Ich muss mich heilen. Wie kann ich meine Rauchbaum einsetzen? Ich habe 10 Stück im Inventar. Ja, jetzt kommen, jetzt kommen drei auf einmal. Holy shit, ey. Wie sollen wir das machen am blödsten, ey? Ich bin echt so ein bisschen ratlos gerade. Tatsächlich. Du kleiner Penner, Junge. Du kleiner Penner, ey. Ja, komm schon, komm schon. Okay. Der kommt mit seinem Flammschritt noch angesprungen. Beste Leben. Okay. Sein Schrei geht um die Ecke. Habt ihr das gesehen? Sein Schrei. Sein fucking nochmal Schrei geht um die Ecke. Beste Leben, Freunde. Beste Leben. Jetzt haben wir noch mega den Lootverlust, oder? Was ist das an, ey? Und ich habe null Medipacks. Ich habe null. Hä? Ich bin gestorben gerade. Was ist denn der Scheiß? Was ist denn der Scheiß? Okay. Crazy, ey. Da müssen wir jetzt einmal zurück zum Glockenturm. Wir brauchen die neuen Medipacks. Wie gesagt, ich verstehe teilweise die Entscheidung der Entwickler nicht, warum die das so machen. Du hast schon alle Handvoll zu tun mit dem Man-Bets an sich. Weil der jetzt noch diese Schallfähigkeit auf einmal auspackt, die der im ersten Kampf im Arkham Asylum nicht hatte. Wo war es denn jetzt? Irgendwo hier, ne? Und dann, okay, ich kann ja nicht mal markieren. Beste Leben. Und dann, jetzt kommen noch Liga der Schattensoldaten, die ich aus dem Hinterrücks mit Flammschwertern und Packangriffen, angreifen und vernichten quasi. Und selbst, wenn er die dann besiegt, lassen die nicht in meine Heilung fallen. Ich verstehe diese Gameplay-Entscheidung der Entwickler nicht, warum die das so machen, ey. Wirklich. Das ist doch Pizza einfach nur, ey. Da graut es mir echt schon vor, vor, wie heißt es, vor den heroischen Angriffen, wenn du da reingehst. Wo du schon 3000 irgendwas Stärke brauchst und wenn dann davon, ey, 5 Gegner in den Wellen sind, ey. Was willst du da machen? Was willst du da solo machen? Weil ich würde das ja, wie gesagt, ihr kennt mich ja mittlerweile. Ich würde am liebsten immer erstmal alles solo versuchen, bevor ich irgendwie mit dem Team da reingehe. Aber da sehe ich echt schon wieder Problemchen. Du weißt, worauf du dich einlässt, ja? Kannst mir Schaden machen gegen den. Kamera, Kamera, Kamera. Ah, das, das darf, das darf mich nicht treffen. Das darf mich nicht treffen. Ran, ran, ran. Ja, los geht's. Ich weiß nicht, Robin. Okay, jetzt ist er gestunt. Perfekt. Nein, nein. Quatsch hierhin. Okay, ich muss dich schicken. Und der geht in die Luft, oder? Der geht in die Luft. Ach Gott, ey. Ach Gott. Komm doch runter, Mann. Der Man-Bet in Arkham Asylum, der war viel, viel einfacher, ja? Viel, viel einfacher. Will mir das Spiel hier gerade tatsächlich immer so sagen, so ey, Fippmann. Äh, geh mal leveln. Geh mal leveln. Yo, yo, yo. Du kleiner Scheißer, ey. Du kleiner Scheißer, Mann. Ich, ich, ja. Bin noch nicht mal bei seiner Hälfte des Lebens. Und hab nur noch vier Heilungen. Ich, nur noch vier Heilungen, Freunde, ey. Was mach ich falsch? Was, was mach ich falsch? Hat jemand irgendwie einen cleveren, schlauen Tipp? Was ich anders machen kann, um hier erfolgreicher durch die letzten Kämpfe zu gehen? Ich, ja. Decks hatte ich nicht, ja? Stunz, 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 komm schon Komm schon Wo sind die Liga der Schattensoldaten jetzt? Warum sind die jetzt nicht hier im Staat? Was soll der Quatsch? Komm greif an mit deinem Wirbelwind, greif an Boah, okay, ich hab den aufgehalten Nein, nein Da sind sie doch nochmal Wie unfair willst du sein, du Kackspiel Wie unfair willst du sein, ey Du kleines Müllspiel, ey Du kleines Müllspiel Du kleines Müllspiel, ey Wie unfair willst du sein Komm schon Pinnichem, 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 Pinnichem Yes, Junge, du Penner Du kleiner Penner, Hammers Weg hier, oder? Oder? Oder muss ich die Liga jetzt platt machen? Was sind das für Kacke an? Ich gehe weg Lass mich Lass mich Weg hier, Robin Spring doch Ich muss die, glaube ich, platt machen, oder? Ich muss die, glaube ich, platt machen Komm schnell Wir sind kein richtiger Robin, wenn wir jetzt hier weglaufen würden, oder? Wir sind kein richtiger, genau Kein richtiger Kamera Ich mache 0,0 Stern gegen die Okay, Fokus Nice, ein Stein Okay, haben wir wieder ein Mini-Pack mehr Ganz schön packen Nee Okay, der wirft mit Schuriken oder Kunai Können wir auch Können wir auch Boah, Junge, ich wollte einen Konter machen, ey Ich war gerade voll im Arke-Mos Du kleiner Sack, du kleiner Sack, ey Komm uns doch jetzt Du kleiner Pänner, wirklich, ey Habe ich das jetzt wirklich erst abgeschlossen? Ja Oh, fuck Man muss die, man muss die Soldaten noch mitnehmen Was für zu leicht Hast du gerade einen anderen Kampf erlebt, Robin? Hast du gerade tatsächlich einen anderen Kampf erlebt? Als zu leicht? Ja Mit vier Heilungen Mit vier Heilungen können wir das knicken Auf jeden Fall den, den nächsten Oh, das sieht so schön aus Das sieht so schön aus Äh, Elliot, Center und Wayne Tech Wayne Tech ist doch irgendwo jetzt hier in der Nähe, oder nicht? Da ist Fox Tech Wayne Tower Wir schauen in die Richtung Wir schauen in die Richtung auf diese Skyline hier gerade Hier ist das Elliot Center Dieses Elliot Center, wo ist denn Wayne Tech? Koppelport Stil Ach, hier unten ist Wayne Tech Okay, dann müssen wir so oder so in die Richtung Können wir am Elliot Center einmal vorbei Machen wir einmal hier rast, zack Ähm, okay Boah, Freunde Das wird hart Das wird hart Ähm, ja Facke Viel Heilungen Viel Heilungen, ey Muss ich jetzt hier echt immer so jede Nacht einmal abbrechen Und damit ich wieder mit sieben Medipacks hier rauskomme oder so Oder Verstehe es nicht so ganz Verstehe es nicht so ganz Aber vielleicht war das jetzt auch nur bei dem Hospital so Dass die, dass die Liga der Stadt mit angreift Vielleicht ist das ja hier am Elliot Center nicht so Sind wir hier im Elliot Center? Müsste eigentlich sein, oder? Elliot Center Ach, da oben, okay Däumchen, äh, drücken, äh, Freunde Okay, wir haben wenigstens mal zwei Schwung Schon mal etwas Oh, ist ein Bat-Rank Da ist ein Bat-Rank Ey, ewig kein mehr gefunden Noch zwei Stück, dann haben wir Downton komplett Das wäre natürlich auch cool Und meine, meine Mikrobots sind jetzt gleich auf Wieder aktiv Komm, zeig dich doch Zeig dich doch Oh, wir haben hier zwei 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 Schüsseln Schüsseln, genau Zwei Explosionsfässer Der ist auch Stufe 30 Ja, okay Warum nicht? Einfach mal zwei Level über mir Ist doch wieder fair dann Ist doch wieder fair dann Was war das für ein Fail? Was war das für ein Fail? Jetzt kommen wir schon noch Ich rufe 30 Liege der Schatten Äh, Soldaten, oder? Zack, 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 zack Mann ey Boah Du verdreißig also Let's go Vielleicht sollte ich meine Ertrafel mal ein bisschen öfter einsetzen Und brenn erstmal Brenn erstmal nieder Brenn erstmal nieder Du Schuft, Jünger Dankeschön Explodiert, explodiert Holy shit, Mann Yes, 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 yes Konzentration Konzentration, Leute Drückt die Däumchen Der Elektro Schall Äh, Elektroschock Wettet echt meinen Arsch hier, gerade Jetzt dürfen nur keine Soldaten kommen Bitte nicht Bitte sei jetzt nicht so gemein Und schick hier noch zwei, drei Soldaten Von der Liga Ah, fuck So kann ich nämlich in angefasster Luft starten, oder? Ach, da sind sie Da sind sie Das ist doch Es ist doch Es ist jetzt mich verarschen Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Aber es sind wenigstens große Es sind wenigstens große Nicht diese Dämmchen Müll Ninjas Ah, nein, 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 nein Nein Okay Auch Stufe 30 Ja, genau Porte dich weg Porte dich weg Komm runter Komm runter Ah, ich hab Angst Nein, wo ist die Kamera? Yes, Junge Du Penner Du kleiner Penner Du kleiner Penner Leute, Leute, Leute Was ist hier los, ey? Stufe 30 ist Max, ne? Stufe 30 ist Max Die Hauptquests war doch bis Stufe 26 bis 28, oder nicht? Warum sind die Gegner auf einmal Stufe 30, Mann? Warum? Okay, der ist platte Letztendlich in Zeitung fallen Danach müssen wir auf jeden Fall einmal kurz zurück in die Betthülle Beziehungsweise Uhrenturm, sorry Kleiner Penner Ja, genau Am letzten Schlag popste ich mal weg Ich krieg Deutsch, Mann Komm, gib mir ein Level ab, bitte Ist das schlimm, dass mir das Spaß macht? Ja, es ist sehr, sehr herausfordernd gerade, Robin Es ist sehr, sehr herausfordernd gerade Okay, wir haben wieder vier Heilungen Hm, da versuchen wir nochmal Da versuchen wir nochmal Äh, Markierung weg Wayne Tech Wayne Tech Ja Boah Sehr, sehr, sehr tricky Oder Gucken wir, ob wir jetzt mal so ein kleiner Kleinen Kampf zwischendurch hier auf dem Boden haben Gegen vielleicht ein paar Freaks oder so Die mir nochmal ein Medipack Auf zwei fallen lassen Vorher schon Äh, wo müssen wir hin? Da ist meine Markierung Gucken wir, hier vorne direkt hier unten Irgendwas kleines Sieht nach einem kleinen Verbrechen aus Ja, die könnten auch haltung fallen lassen Regulators Hier bin ich Medipack, Medipack Gönn Nö Äh Aber so kann man es weiter versuchen Wenigstens bei jedem kleinen Verbrechen Das man sieht, ne Ich check einmal kurz die hier bei 90 Meter Okay, das könnte Was könnte was sein Okay, keiner von denen lässt irgendwas fallen Ich nehme einfach nur Schaden Na, das war natürlich dann ungeil Komm schon Zwei Und jetzt kommt der dritte Müsste eigentlich Okay Warte, der hat eins fallen lassen Perfekt Der hat eins fallen lassen Okay, dann gehen wir jetzt hin Dann gehen wir jetzt zum Waytag Was willst du machen, ne? Was willst du machen? Besser scheint es irgendwie nicht zu werden Da sehen wir es auch schon Okay, das Ich will zu Das Einzige, was die jetzt noch toppen können Die schicken zwei Man-Bets Anstatt nur einen Okay Kleine Arena Kleine Arena Ich habe alle meine Schwunglinge voll Zeig dich Läuft Ja, okay Dem macht es gar nichts aus Dem macht das einfach mal gar nichts aus 0,0 Schaden 0,0 Schaden Boah, leck mich fährt Ey, ich muss ein Schatz dann Okay, das wird absolut nichts Kann ich jetzt schon Vorhersagen, liebe Freunde Jetzt muss ich die Happy Smokey auspacken Ey, da bricht das ab Da bricht das ab Ne, 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 ne Das gibt keinen Freunde Das gibt keinen Da fehlt mein Schaden Da fehlt mein Schaden Irgendwie Pack nur noch zwei Heilungen, Mann Will das ausgehen Aber cut Guck dir das da an Okay, das sind zwei Einer, ist einer davon Okay Der meint es richtig ernst Oh, Cheechgo Ah, das ist doch noch ein Ninja, oder? Ja, ein Ninja ist dabei Okay Okay, jetzt muss er kommen Oh, Mann, ey Okay, der hat schon mal ein bisschen gestunt Ah, da, guck mal hier Da kommt der aus dem Nichts Ein kleiner Drecksack Ein kleiner Drecksack Woher weiß der Mehmet eigentlich, dass die zu dem gehören Jo, okay Ich muss den ausschalten Den hier Der, der auf jeden Fall Fackelt der mich Einen Zentimeter vor dem direkt ab Und kann seine Attacke machen Okay Okay, das Feuer juckt keinen der drei Irgendwie Keiner ist irgendwie Ansetzweise benommen Jetzt wenn der Schallschrei kommt Ist vorbei mit mir Boah, der hat Heilung fallen lassen Wahnsinn Wahnsinn, Freunde Sorry, dass ich gerade vielleicht ein bisschen ruhiger ist Aber ich bin echt so im Tunnel Ey, das glaubt ihr nicht Bin so im Tunnel Komm schon Ah, fuck, fuck, warum läuft Robin da immer vorbei Da ist ein Zuwild, da ist ein Zuwild unterwegs Das Schrei hätte nicht sein dürfen Hätte nicht sein dürfen Jetzt muss ich den kleinen machen Jetzt möchte ich den kleinen machen In der Hoffnung, dass irgendwas kommt Fuck Ach, da kommt direkt das Spawn neue Okay, dankeschön Hier Das ist ein neues Spawn Ist ja nicht so, als wäre es jetzt schon zu schwer Nee, keineswegs Ist alles hier machbar Jo, rein da Rein da Rein da Jo, wirklich Was willst du hier machen, wirklich Was willst du da machen Was willst du da machen Schnauze voll, Leute Schnauze voll, ey Ich gebe jetzt erstmal Käffin ziehen Ey, das ist doch Selbst mit sieben Heilungen Selbst mit sieben Heilungen Guck mal, ich kriege alles abgezogen Und kriege noch nicht mal eine Heilung wieder Wie gesagt Ich verstehe So die ein oder andere Design Designentscheidung Das Spiels verstehe ich wirklich nicht Wie gesagt, schreibt gerne mal eure Meinung dazu In den Kommentaren Habt ihr da auch so Probleme Oder mach ich einfach irgendwie Grundlegend irgendwas falsch Kann ja sein Kann ja sein Dann würde ich das einfach nur gerne wissen Dass ich das irgendwie ändern kann Vielen, vielen Dank, dass du da warst Du siehst gerade auf dem Bild mein Profil Lass ein kostenloses Abo da Lass nämlich nach oben da Und aktiviere auf jeden Fall die Glocke Damit du kein Wartensvideo von mir Auf diesem Kanal hier verpasst Ähm, ja Ich bin, keine Ahnung Ein bisschen sprachlos Macht dir noch einen schönen Tag Wir sehen uns in der nächsten Folge Ist ein Ciao mit V